Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Google Chrome ganz einfach wieder bei YouTube die Distract sehen können. Die Funktion gibt es ja eigentlich seit ein paar Monaten schon nicht mehr, wie wir aber trotzdem wieder bei jedem Video, also ganz egal ob es unser eigenes Video ist oder ein Video von irgendeiner anderen Person auf YouTube, die Distract sehen können, das zeige ich euch heute. Das erste was wir dafür machen müssen ist, dass wir einmal Google Chrome öffnen. Als nächstes suchen wir dann einfach einmal nach dem Webstore. Wir geben also einfach einen Webstore bzw. Google Chrome Webstore, das ist eigentlich relativ egal. Dann sehen wir hier auch oben wieder so ein Suchfeld und da suchen wir einfach einmal nach Return YouTube Dislike. Ich packe euch den Link aber ansonsten auch ganz oben in die Videobeschreibung. Das hier ist das Ganze nämlich und da klicken wir einfach einmal drauf. Ich entferne das jetzt nochmal kurz, denn ich habe mir das schon einmal geholt und genauso sollte das bei euch jetzt eigentlich auch aussehen. Das bedeutet, ihr könnt hier einfach auf hinzufügen klicken. Dann müsst ihr das Ganze hier nochmal kurz bestätigen. Ihr klickt also nochmal auf Erweiterung hinzufügen und dann habt ihr das Ganze schon hinzugefügt. Wir werden dann hier auch noch auf eine andere Website weitergeleitet. Das können wir aber einfach schließen. Auch die Website können wir hier wieder zumachen. Und wenn wir uns jetzt eben ein YouTube Video anschauen würden, dann würden wir wieder ganz normal die Dislike sehen, so wie es vorher auch war. Also wie es vor zwei Jahren war, wie es vor fünf Jahren war, nur eben jetzt nicht mehr, seitdem es eben dieses Update gibt, dass man die Dislike leider nicht mehr sehen kann. Ich persönlich finde es ziemlich schade. Dementsprechend bin ich umso glücklicher, dass es hier eine Erweiterung gibt, die wir uns einfach holen können, damit wir die Dislike dann wieder sehen können. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!